Bayern-Online.de, Bayerns schönste Seiten. Grüß Gott, mein Name ist Pleines, ich habe einen Stand, einen Bio-Stand, ganz aus Holz. Meine Früchte sind alle ungeschwefelt, unter anderem die gesundesten Beere der Welt, die Goji-Beere. Dann natürlich das gut ist die Grenberg, gerade für Damen, die mit der Blase viel Probleme haben, für die ist natürlich die Grenberg das Beste überhaupt, was es gibt. Dann natürlich als Gesundheit der Engwer, den immer bei Magelerkrankungen, wenn einem schön übel ist, vor allem alles andere, sonst ist ungeschweatlich. Ein Andernas über die Bio-Stand, über die Nüsse, das ist alles natürlich und sehr gesund. Ich bin Andreas Jäger, ich bin Obstbaumeister aus Lindau am Bodensee. Ich bin hier in den Fischen auf dem Wochenmarkt, überwiegend mit eigenen Produkten, Äpfel und Erdbeeren. Kirschen bekommen wir von unseren Kollegen aus Tettnang. Ja, auch Stachelbeeren in meinem Programm führen. Uns ist wichtig, dass wir gute Qualität bieten, zu fairen Preisen und die Ware eben ausschließlich regional erzeugt ist. Und eben direkt alles vom Bodensee und in bester Qualität. Hallo, mein Name ist Petra Jansky. Ich verkaufe hier auf dem Wochenmarkt Klonik. Das ist eine Tour rein, halbgeschleudert. Und das ist ein Stück Kupfe. Und seit Anfang an eine Zeitfischung. Hier mit dabei. Mit einem bisschen mehr. Ja, der Markt steht immer noch. Er kommt es schon durch. Aber hast du es mir schon in die Tasche reingest? Ich habe alles vorne hineingestellt. Ich habe viele Standpunkte von Urlauber. Hallo, ich bin der Woldi vom Fischhinger-Wochenmarkt. Wir haben einheimische Käsespezialitäten. Schweikäse, jung, mittel, alt. Verschiedene Kräutergäse haben wir angeboten. Unser Produktprogramm, das wir haben, ist ausschließlich aus der Umgebung. Und wir würden uns recht herzlich freuen, wenn ihr vorbeischauen würdet. Und einfach... Was? Ja, natürlich. Wir haben Aubertstorf. Ein Einkommensgeschäft. Wir kaufen beste Ware. Boden zu Kirchen. Boden zu Erdbeeren. Ganz solche Sägel-Tafrikosen. Wir suchen extra unbehandelt und gute Ware. Extra schöne, süßhaftig. Wir suchen beste Qualität. Ja. Nur de colaborante, nicht. Wir leben zum��만 im LDIO. Rêu��geruste입니다. Wir lieben wieder in die Philippen. Danke. Da wird also eine Sophie im Lèmesburg. Bitte. Dann haben sie gesehen. Kekkei so seine Frau-Chin. Musik Mein Name ist Frank Kleinert, ich bin der Inhaber der Firma Früchte-Brand und es gibt es seit 27 Jahren. Wir haben uns spezialisiert auf Obst und Gemüse von der Insel Reichen. Musik Bayern-Online.de – Bayerns schönste Seiten